Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde von Sanfoneer Games und wir spielen weiter Horizon Zero Dawn. Ja, wir sind auf dem Weg nach Meridian, sind genau hier. Und ich würde gerne mal, ähm, mal, 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 diesen Langkals mal hier einfach mal einnehmen oder mal besteigen. So, und in der Episode drauf oder noch in dieser machen wir eine Brutstätte hier. Dann können wir ja noch mehr Tierchen übernehmen, glaube ich. So, da ist auch noch ein Langkals. Ja, hier ist noch wirklich so viel zu tun. Es ist Wahnsinn, es ist wirklich Wahnsinn, wie fett groß das Spiel ist. Für mich. Ich glaube bei dem Langkals waren auch irgendwelche... Kann ich da hoch? No. Okay. Das Signal muss ganz nah sein. Ja, das ist ja direkt vor deiner Nase. Ich muss irgendwie zum Kopf des Langhalses hinaufklettern. Oh nein. So unnötig gerade. Diese blöden Viecher haben mich entdeckt hier. Okay. Komm, den überbrücken wir mal. Oder den. Wie war das denn? Ja komm. Genau, da ist ein Schnappmäuler und da müssen wir glaube ich drauf Oh Gott Oh Metallblume Egal wo ich gehe ich werde auf diesen komischen Ja ich muss einen von diesen Viechern mal erledigen Da ist noch so ein Oh Gott Oh Gott Okay, das Gute ist, ja? Das sind zwei Wächter. Das geht ganz schön schnell. Hier sind ja echt viele von diesen komischen Schnappmäulern, ist ja echt nicht mega, mega gut. Oh Gott. Dann kennen wir uns jetzt ja. Okay, der Vogel will jetzt den Alarm machen. Oh Gott. Nee, das bringt ja nichts. Das ist... Guck dir das mal an. Alle auf mich. Oh mein Gott. Alle einfach mal auf mich. Ist ja... Okay. Ich muss zum Kopf des Langreises hinauf. Ich müsste von hier aus auf den Langhals springen können. Ja, müsstest du. Hast du aber nicht geschafft, Kollege. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, das ist echt fair. Kack ein wenig. Und immer schön leise. Wieso kämpft der nicht? Wieso kämpft der nicht? Okay, jetzt kämpft der. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Völlige Zerstörung, ey. Echt? Geh mal einfach weiter. Einfach weiter gehen. Ja, ja, genau. Geh mal nach oben. Ich meine, so viele Chancen habe ich jetzt nicht, um die Viecher zu bekämpfen. Ich kann natürlich jetzt von oben gleich mal umballern. So. Jetzt oder nie. Ja. Ja. Okay. Jetzt muss ich nur noch zum Kopf hoch. Hä? Ach, da lang. Okay. Jetzt bin ich anders. Was? Ja. 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 Sehr schick. Den hätten wir schon mal platt gemacht. Ich kann die Munition noch machen. Ja, es geht. Okay, irgendeine Ball hat man auch nicht. So, jetzt muss der Platz sein. Yes, man. Okay, das ist erledigt. Okay, das ist erledigt. Okay, ich bin noch drauf, ich bin noch drauf. Okay. Ich dachte schon, die werde ich nie mehr los. So, eigentlich müsste er jetzt verbrennen. Okay, der ist auch erledigt. Das sind ja eigentlich die ganzen Vögel, die ich zerstört habe. Das ist ein Wächter. Okay, wieder ein Vogel. Das ist zu weit, das ist zu weit. Okay. Okay. Okay, ich weiß gerade nicht, warum ich hier rumballer. Okay. 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 Thank you. Äh, äh. Wir müssen natürlich alle Ressourcen einsammeln, logisch. Hey, was ist denn das hier? Oh mein Gott, 20 Kilometer hier schwingen. Hallo Schnapp-Mäulchen. Hey, was? Du gibst noch? Man kann nie zu gut vorbereitet sein. So, da hinten muss noch einer sein. Und dann würde ich sagen, verschwinden wir hier. Denn langsam wird es hier auch ungemütlich. Jedenfalls bin ich extra. Ich weiß nicht, ob ich das riskieren möchte. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das ist. Ich weiß nicht, ob ich das ist. Oh nein, jetzt bin ich doch wieder im Deck. Oh, das ist wirklich nicht gut. So, jetzt habe ich nur noch die Möglichkeit hier abzuhauen. Indem ich mich hier wegbeame. Ist glaube ich sicherer, bevor, da ich ja nichts abgespeichert habe, ist das natürlich uncool. So, ist egal, wir haben abgefahren mal ein bisschen Material irgendwie vergessen. Ist glaube ich auch erstmal nicht so wild. Okay. Okay. Gut, Freunde. In dem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Dann lass gerne ein Abo, ein Like. Und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Hoffe ich mal. Bis dann. Ciao.